Wir hören nun ein Trio für Flöte und Fagott von Gaitan Polizetti in der Bearbeitung unseres sehr geschätzten Jo Conjards. Ein Largetto und ein Allegro als Solisten und hier am Fagott Barbara Kiesböck und an der Flöte Marina Landal. Und wir begrüßen jetzt wieder einen Italiener und ersten italienischen Gastdirektor, Franco Brusini. Herzlich Willkommen, Signore Brusini. Applaus Franco Brusini stammt jedenfalls aus der Nähe von Udine, er leitet die Musikschule in Poboletto, er leitet dort auch ein Jugendorchester, er arbeitet schon mit ganz jungen Musikerinnen und Musikern von Alter von drei Jahren an. Von Beruf ist er eigentlich Computertechniker, also auch hier eine wunderschöne Verbindung auch zu unserer Stadt Steyr. Er studierte und studierte immer bei Joe Conjards in Maastricht und wir freuen uns jetzt sehr auf seinem Regat Trio für Flöte und Fagott von Gaitan Polizetti. Herzlichen Dank. 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 Herzlichen Dank.